Bevor das Video losgeht, muss ich euch noch was zeigen und zwar, Leute, hab ich mir heute eine Fabrik in meiner Baseball-Stack, Leute, da ist mein Bad und wenn wir hier hingehen, okay, ist ein bisschen offensichtlich, aber einfach wird es vielleicht nicht sehen, weil so offensichtlich ist es auch nicht, Leute, man zieht ja einfach gar nichts, man zieht ja nur einen Hefel, den kann ich nicht im Luftfahrt auch schnell abbauen, dann funktioniert das Ganze gar nichts mehr, Leute. So, wenn das drauf drückt, dann kommen wir einfach straight Waffen raus, was geht? Ey, Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer Neufeld. Ja, Leute, ich bin richtig gut gelaunt, Leute, ich hab richtig Bock auf, da gibt's noch, wenn was runter ist, ich heute einfach richtig fertig war, Leute. Was getan, Leute, ich hoffe, dass ich in den Winter müssen erst schnell fahren, bevor Alfa kommt, Alter. Leute, wir fahren jetzt richtig schnell runter und heute ist Alfa runtergeboxt, heute ist Alfa der King, Leute, guter Start in die Wunde. Was geht? Was, doch nicht.